Benjamin Blümchen kommt ins Kino und wir haben das Spiel dazu. Helfen Bennix! Und ich bin wieder dabei, euer Loe. Zusammen helfen wir Benjamin Blümchen bei der Suche nach Alfred Affe. Aber auch Zora Zack möchte Alfred Affe so schnell wie möglich verankert, damit keiner die Beweisfotos von ihrer Kamera sieht, die der Affe stibitzt hat. Zuerst aber legen wir die beiden Kugeln in den Schachtelboden und darüber legen wir den Spielplan. Bennix, du kannst dir aussuchen, wo du zuerst suchen möchtest. Ich schüttle dir die Spielschachtel. Jetzt suche ich Alfred Affe. Schade, bei den Erdmännchen hat sich Alfred nicht versteckt. Zora Zack darf jetzt ein Feld vorziehen. Wir müssen uns gut merken, wo wir schon gesucht haben. Vielleicht ist er beim Löwen. Schade, beim Löwen ist er auch nicht. Zora Zack kommt Alfred Affe immer näher. Vielleicht ist er bei den Lamas. Alfred schlägt seinen Kopf aus dem Boot. Benjamin, Blümchen und Otto dürfen jetzt endlich ein Feld vor. Mal sehen, wo sich Affe Alfred jetzt wieder versteckt hat. Klasse, erst bei den Zebras. Wenn du jetzt Alfred Affe findest, haben wir gewonnen. Vielleicht sind er bei den Affen. Wir haben gewonnen. Und wir haben Benjamin Blümchen geholfen. Es gibt auch noch eine kniffligere Variante, die mit einem Würfel gespielt wird. Teraus!